Die viele gute chinesische Taichi-Spielerinnen und Kampfkünstlerinnen haben sie auch mehr als nur Taichi-Cheng gelernt. Li Cheng now is living in Hannover and of course she's teaching and there's many other Taichi-Players in China. She learned many more martial arts and now she likes to show us a little piece of Bagua. Sie zeichnen jetzt ein kleines Stück von Bagua und für diejenigen, die Bagua nicht kennen, Bagua sind die acht Trigramme, ich hab das mal kurz hier dargestellt, ja, sie sind im Kreis angeordnet. For those who don't know what the Bagua is, Bagua means the eight drag rings, I've shown him on here on my chest. And Bagua-Tang, this martial art means running round in a circle and try to imitate these Trigrams. Also Li Cheng wird dann gleich hier auf meiner Brust herumlaufen und versuchen diese acht Trigramme zu machen, aber ich gehe lieber vorher von hinten. Li Cheng is Bagua-Tang. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.